Ja, hallo, Togut hier. Das ist der Kanal 360 Grad und ich bin gerade auf dem Weg nach Kess, um jemanden zu besuchen, der dort ein Stück Land gekauft hat. Und unterwegs bin ich mal ausgestiegen, um mal ein bisschen zu gucken, was man so sehen kann. Und ich glaube, ich habe hier ein schönes Fleckchen erwischt. Das ist ein 360 Grad Video. Schaut euch mal auf. Wie ihr seht, da hinten seht ihr das Meer. Wir sind hier ziemlich hoch. Wo sind die ganzen? Wird mir diese Fahrt mit Sicherheit Spaß machen. Vielleicht mache ich ja auch noch ein Autofahrvideo. Schauen wir mal. Auf jeden Fall schaut euch das mal einen Moment an. Und dann schauen wir mal. Und wie ihr an der Gesichtsmaske seht, ist dieses Video relativ zeitnah, weil in der Türkei natürlich auch die Corona-Regeln gelten. Ja, das wäre erstmal ein Etappensprung. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Lasst es gut gehen. Bis zum nächsten Mal.